Hallo, guten Morgen, meine liebe Freundinnen und Freundinnen. Jawohl, gestern hat doch, oder vorgestern hat doch wirklich jemand geschwärmt von die französische Küche, weil ich so ein paar französische Ausdrücke gebraucht habe. Und da hat gestern jemand was gesagt von die französische Küche. Ja, ich kann euch ein paar ganz typisch französische Speise aufzählen. Also esse du nicht alles gern, aber so ein bisschen was davon kann man schon gebrauchen. Also da gibt es zum Beispiel Escargot, a la, was weiß ich, a la, a la Lorenz. Ja, gibt es Escargots, wissen wir nicht, was das ist? Das sind Weinbergschnecke und da kommt vieles Kräuter, Butter und so weiter und dann ab in der Backofen und oh, bäh, pfui, ich mag das gar nicht. Aber dann gibt es was anderes, das ist Kokobel, das hechtes Huhn im Wein. Ja, das Hündchen ist in den Wein gelegt und wird da gemacht und getohnt. Ja, das Huhn, das weiß ich auch, ja. Und dann gibt es Kisch Loren, ja, Kisch gibt es. Kisch ist Flammeskure. Flammeskure ist Kisch und Kisch Loren ist Flammeskure mit so Rahm und Speck und so ganz dünnes Teig, so Blätterteig. Ja, das ist Kisch Loren. Und es gibt, stell dir vor, Cazulette. Cazulette ist bei Frau Linke so gern, das sind weiße Bohne, ein Topf mit Würstschuh und so, das ist die wahnsinnig gern. Und mein Herrscher, der ist viel lieber Böfbogginio. Das ist es, Rindesfleisch, es ist ein ganz mageres Rindesfleisch, das ganz langsam in die Topf gemacht wird. Ganz, ganz langsam. Und, und es gibt noch Chugut und Pot au vin, äh, Pot au feu, Pot au feu, das ist aber was Witziges, das ist ein Topf auf dem Feuer. Haha, ja, können wir essen, Topf auf dem Feuer. So, Freunde, das ist für heute die, die Französischstunde gewesen. Ich wünsche euch jetzt, boah, Appetit, wenn ihr gekocht habt und schon was essen könnt, ne? Und wünsche euch noch ein schöner Tag und tschüss, euer. Jetzt hungrig auch, mogli mit die weiße Socke.